Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Waro. Guten Tag. Ja, Tim, rück mir rein. Wir haben einen Tag Pause gemacht. Komm, entschuldigen Sie da. Als ob die uns nachgejoint sind. Hä, nein, sind sie nicht. Die sind vor uns gejoint. Wir sind nicht nachgejoint, lol. Lol, die Armen, Alter. Soll ich mir den Sound anmachen? Ja, aber jetzt richtig Angst, sag ich. Wir haben einen Tag Pause gemacht. Aber. Kommst jetzt erstmal raus, ne? Wir haben schlechte Nachrichten. Es ist einfach niemand hier da runtergefallen. Die Falle, ich glaube, die sind direkt in der nächsten Folge halt schon rausgegangen, die noch nicht online war. Genau, in der dritten. Und wir haben halt erst die ersten zwei sehen können. Ich entschärfe die Falle auch gerade, Tim, ne? Ich habe keinen Bock, da jetzt gleich selbst irgendwie reinzufallen. Okay. Also ich mache immer solche Blockaden rein. Mhm. Schreib mal Sturmwaffel schon mal an, solange ich hier noch hochbaue. Stress. Oh Gott, ich kann nicht schreiben. Ich bin irgendwie so echt dick erkältet. Das werde ich wahrscheinlich hören. Ja, höre ich. Gut. Okay, ich habe hier die Druckplatte und alles. Soll ich die Pistons mitnehmen? Ne, oder? Lass erstmal, wir wissen ja, dass sie da sind, weil wir sie brauchen. Versuchung. Es sind doch eh keine Items. Das ist doch total billig. Wir haben uns heute überlegt, wir müssen jetzt endlich mal verzaubern und den ganzen Scheiß machen, damit wir Leute snipen können. Also Hexen, pass auf. Wollen wir töten? Weil wir können das schon. Nein, das bringt noch nichts. Ähm, oh lol. Also vier Hexen habe ich glaube ich gesehen jetzt. Ähm, dass wir jetzt endlich dann auch mal in den Schwertkampf gehen könnten, weil davor haben wir jetzt halt versucht irgendwie, wenn wir jemanden töten, irgendwie mit einer Falle oder so. Aber wenn wir jetzt uns verzaubern, dann haben wir eigentlich mal gute Chancen, weil ich denke schon, dass wir echt gute Verzauberungen bekommen können. Stege, was sind deine Zahlen? Fuck. Nein. 4,26. Nein, meins ist 4 minus. Achso. Äh. Ja, hier. Wieso bin ich hinter dir rumlaufen? Wir müssen aber echt aufpassen. Ich baue mal alles ab, ja? Ja. Hä, es ist nur zwei gewachsen. Also es ist kaum gewachsen insgesamt. Super, Tim. Das ist alles gut. Hä, dann ist das nicht der Spawn hier. Oh, guck dir mal das hier an, Tim. Ja, dort gewachsen, genau. Und hier sind Ofen gewachsen. Wie kann das denn sein? Ähm, sollten wir nicht direkt lieber alle abbauen? Ja, müssen wir, stimmt. Und dann vielleicht woanders. Ja, stimmt, müssen wir auf jeden Fall. Ne, wir machen es nirgends anders. Ja, später schon, oder? Ja, später. Neu. Wir müssen echt aufpassen. Ja, jetzt müssen wir richtig aufpassen. Lass uns vielleicht mal in die Höhle gehen. Wir müssen irgendwo richtig schön jetzt einen Ort finden, wo wir verzaubern. Ja, warte, guck mal, hier sind nur noch Sachen. Wir brauchen das. Ich möchte schon richtig einen gemütlichen Ort verzaubern. Wollen wir dazu in den Nether gehen? Weil Nether ist nicht so krass gemütlich. Aber ist nicht so krass gemütlich. Doch, ist es. Und da bauen wir uns dann irgendwo rein. Wir können direkt sagen, der Nether ist extrem verbatgt anscheinend. Wollen wir kurz ein Animal töten? Nein. Okay, nirgends los. Weil, das ist echt gut. Ja, ja, deine Mutter. Jetzt aufpassen, das steht vor dem Lied direkt. Nether ist verbatgt. Wenn man jetzt zurückgeht, dann spawnt man im anderen Portal. Ist immer noch? Ich glaube schon, ja. Ich weiß es nicht. Alter, hier ist überall noch Quartz. Ich habe so Angst. Du weißt, ich bin kein Freund von Nether. Achso, komm mal, hier noch ein Apfel für dich. Du weißt, ich bin kein Freund von Nether. Fängst du, du fängst. Das erste, was wir tun sollten, ist verzaubern. Was denn? Ja, warum XP-Farm? Wir haben doch erstmal genug. Ja, ja, aber ich bin ein bisschen XP-Gal. Wo wollen wir hingehen? Einfach hier rein irgendwo? Aber nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg. Dann lass uns einfach mal hier durchgehen. Was wir auch wollen, ist eine Festung. Aber jeder ist durchgegangen. Alter, ich sehe schon, komm, ich werde jetzt hier einfach sterben. Du weißt ganz genau, ich hasse echt Nether-Seite. Ich fühle mich hier echt unsicher. Nee. Lass uns mal hier durchbauen. Hier ist keine. Komm mal zu mir, bei mir ist, komm mal in meine Richtung. Wir haben es direkt wieder gescheitert. Nice. Ähm, links bin ich gegangen. Was? Links hoch? Nee, nicht hoch. Ach, hier. Ja, genau, hier ist echt fett. Hab dich! Sehr schön. Wir haben uns auch informiert über, ähm, Verzauberung. Haben jetzt aber, glaube ich, nicht total viel Ahnung davon. Also ich denke mal, wir kennen auf jeden Fall die Basics. Und ich glaube, es gibt nämlich gar kein Advanced-Wissen. Weil, keine Ahnung, das Scheiß mit dem Goldschwert und so, funktioniert alles nicht mehr. Siehst du eine Festung? Lass uns noch weiterlaufen. Einfach da lang. Okay. Wie viel Essen hast du? Schon noch ein bisschen, ne? Ich habe acht. Ich habe jetzt, ich habe echt, also ich habe mehr als acht, aber trotzdem ist es auch nicht so krass viel. Sie müssen halt auf jeden Fall noch mal Essen fahren. Siehst du eine Festung? Nee. Die auch noch nicht. Alter, müssen wir hier rumspringen? Ja, wir müssen eine Festung finden. Das auf jeden Fall, oder? Ja, ich glaube auch, aber... Wollen wir mal da rüber? Vielleicht durch die Decke? Nein, Mann. Okay, durch die Decke ist ein Deal. Durch die Decke ist noch riskanter. Warum? Weil der Lader von oben kommen kann. Nee, lass uns echt... Lass uns hier rüber bauen. Nein, auf gar keinen Fall rüber bauen. Dann hörst du auf zu sneaken. Ey, mach du das und gib mir einen Verzauberungstisch und ich verzauber jetzt hier. Ich baue mich echt nirgends drüber, wenn ich es nicht muss, Tim. Das und zwei Dias, oder? Ich brauche aber alles. Ich brauche... Ah, nee, Holz habe ich. Ich weiß nicht mal, wie man den Verzauberungstisch macht. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Alter, Tim, ohne Witz. Mach einfach keinen Scheiß. Okay? Alter, du bist so unlustig, weißt du das? Also ernsthaft. Mein kleiner Finger schläuft ein. Was soll ich tun? Fresse, es geht nicht mal um... Du hast das ganze Zuckerrohr, ne? Ich hoffe es. Eigentlich hättest du mir das mal geben können. Stell dir vor, hier ploppt jetzt so eine Lavablase hoch. Ach, halt die Fresse, man. Es gibt echt lustigere Sachen, die du mal gesagt hast. Hä, nee, ich bin schon mal rüber, lol. Kannst du einfach kommen dann, ne? Nein, ich mache das jetzt hier. Okay, dann suche ich einfach weiter nach dem Festo. Nee, ich gehe zu dir, ich will nicht alleine sein. Warte auf euch, bitte. Ah, ja. Schlag mal einen Pikmin an. Ja, ja. Richtig lustig. Ich weiß noch, da ist Tobi richtig aggressiv geworden. Erinnerst du dich da auch noch dran? Nö. Na, das erste Mal hat er sich so richtig assi angehört. Jo, und das wird jetzt einfach drüber laufen, okay? Okay, warum nicht, ne? Ey, ich hasse echt. Also, Nessa ist echt nicht cool. Ne Ahnung. Hä, wo bist du hin? Weiter geradeaus. Du bist voll weit weg, Junge. Ja, wir brauchen... Weiter geradeaus, wo der Cobblestone ist. Ich weiß. Da ist ein Garst. Ja, danke. Ach, komm einfach rüber, er schießt doch nicht, Mann. Der ist cool drauf. Ja, ja. Ja, der ist cool. Ja, ja. Mann, wir sind doch viel zu weit weg, äh. Ja, wo willst du sonst ne Festung finden? Ich weiß es nicht. Gibt's ne Begrenzung in der Hölle? Nein, gibt's nicht. Also, das gab's damals auf jeden Fall nicht. Okay. Ey, wir werden die wieder zurückfinden. Doch, null, null. Alter. Warum springst du hier überall drüber? Oh. Oh, ich muss die ganze Zeit husten, Mann. Untersteh dich. Ich huste jetzt. Ich müde mich für dich. Ja, aber trotzdem ist hier keine, ähm, Festung. Das siehst du doch. Boah, ich bin fertig. Gibt's unendlich Festungen im Nether? Ich wette, ich vergesse es rauszuschneiden. Ja. Ja, meine Erwähnung gar nicht. Weißt du, wie weit weg wir sind? Wir können hier auf jeden Fall so chillig fahren. Bitte können wir was verzaubern, Tim. Chill. Alter, es gibt hier keine Festungen. Hähn, muss doch. Außer, die haben die rausgenommen. Das wär's, ey. Ey, Tim, ernsthaft. Alter. Aber ich folge dir. Dankeschön. Ja, aber nicht so schnell. Mikrofon muted. Verstehst du jetzt AFK rum? Ja, Mann. Aber ich bin voll krank, ey. Ui, toll halt nicht rum. Nein, hier geh ich nicht hin. Tim, ich hab keine Lust hier im Nether rumzulaufen. Ey, ernsthaft. Ja, danke. Ja, und dann weitergucken, Mann. Rüstung mal, F3 minus 400. Oh, Alter. Ein tausend. Ey. So, und hier oben kann man auch nicht mal mehr XP haben. Also erstmal die Rüstung, ja? Ja, weiß ich doch nicht. Ich hol jetzt hier irgendwas rein. Aqua Affinity. Ja, geil. Alles scheiße. Echt jetzt? Ich guck erstmal was anderes. Äh, ich hab keinen. Ah doch, Labis. Projector Protection hol ich mir. Ja, ich hol mir das billigste Protection, Protection. Das Protection, Protection. Unbregant Protection. Protection. Ich bin Full Protection schon mal. Tim, gib mir mein Labis zurück. Jo. Alter. Danke. Der Helm bleibt jetzt mal gleich, ne? Ähm, ja. Ja, also du musst ein anderes Rüstungsteil verzaubern eigentlich. Naja, hat sich, also hat sich klappt. Also, oder da musst du irgendwas dazwischen verzaubern, ja. Also, ich möchte lieber Projector Protection, muss ich sagen. Deswegen mach ich das auch. Was machen wir jetzt mit Schwertern? Ich würd sagen, jetzt craften wir ein paar Bücher. Dann mach du mal Bücher, okay? Ja, okay. Hab ich alles an Zuckerrohr, was wir haben? Ja. Ne, fast alles. Ich geb dir noch mal alle beiden. Weil wir wollen ja auch nochmal was anpflanzen. Nicht wirklich. Hä, doch, oder? Aber nicht viel. Also, nur so eine Notreserve. Falls echt nur Crap rauskommt. Okay, dann behalte ich mal 16 Stück. Ja, das... Ja. Guck mal, wie viele Bücher du einfach bekommst. Das ist ein Deal. Guck mal, wie viele Bücher du da rausbekommst. 10 Bücher. Ja, können wir mal machen, ne? Wie gesagt, Bücher bringen es, glaub ich, nicht mal mehr zu. Krass. Hier, ich hab dir 5 Finger geworfen. Sharpness Power. Ich würd gern meinen Bogen aufpowern. Eben, das ist jetzt halt die Frage. Was macht man? Also, ich mach jetzt erstmal meine Schwerte einfach. Ja, ich mach jetzt erstmal Power. Äh. Und wenn's Sharpness 2 gibt, nimm bitte Sharpness 2, aber. Ja. Dann nehm ich nochmal das hier, glaub ich. Ich hab kein Eisen. Ah, doch. Zwei Eisen hier. Power. Hast du grad ne Redstone Fackel raus? Ja, hast du da. Ja, ich brauch Platz. Das hier benutze ich nicht. Das verhalte ich mir momentan. Kannst du mir mal zwei Eisen geben? Äh, hier. Danke. Ja, dann nehm ich auch dein Crap mit. Natürlich. So. Haben wir einen Amboss? Nein. Wollen wir einen craften? Können wir. Ich hab nicht geguckt, ob es Sharpness 2 gibt. Ach, scheißegal jetzt. Ähm, crafte du mal einen Amboss. Warte, ich fahr mal kurz. Ich fahr mal kurz. Ich fahr mal hier rein. Ne. Ups. Hä? Wo ist denn unser Chest? Hier. Gib mir das Eisen. Ich hab nur 15, ne? Das reicht ja nicht mal. Okay, dafür hab ich das Eisen mitgenommen. Ja, genau. Wir müssen es. Jetzt noch ein bisschen. Ähm. Ich verzauber mal Bücher. Ich weiß eigentlich nicht mal was. Haben wir Kohle? Aua. Wir haben keine Kohle, sondern nämlich Holz. Ja. Hast du gar kein Eisen mehr in der... Ach doch, hier. 28, das heißt, wir brauchen immer noch 3. So, ich glaub, es sieht sogar ganz gut bei uns aus. So. Ja, und deshalb check ich jetzt nicht, was hier jetzt mit passiert. Fischen sie. Fischen sie. Ich hätte jetzt keine Ahnung, wie ich hier einen Liebaner und wie ich hier irgendwie anders hinbekomme. Ich glaub, es geht nämlich gar nicht. Was hab ich denn jetzt hier? Sharpness, 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 Sharpness. Es wäre schon mal 2. Es wäre schon mal Sharpness 3. Achtung, Amboss. Nein. So, ich würde jetzt am liebsten zuerst mal... Ich habe meine Powerbücher auch mit reingelegt, ne? Ja, Power, Power, Power. Wir können jetzt schon mal einen Power-3-Bogen machen. Damit kann man arbeiten, oder? Ja, aber das wäre halt nur einer, ne? Das ist das Problem. Ja. Wir haben ja gesagt, ein Nahkampf... Ja, aber ich glaub, das bringt's nicht. Also, keine Ahnung. Der andere von schon Power... Das bringt's nicht bei der Rüstung, aber ich glaub... Kein, weil... Es wird zum Bogenkampf kommen, und dann müssen beide austeilen können. Ja, aber wenn wir jetzt erstmal nur begrenzt werden, die Posten haben... Wir beide sind nicht schlecht mit dem Bogen. Kannst du mir bitte eine Eisenspitze oder eine Diaspitze geben? Warum? Ja, weil ich hatte nur eine Steinspizze gehabt. Achso, ich hab auch keine Eisen, aber du kannst ja nicht craften. Haben wir genug Eisen? Ja, dann tue ich mir lieber noch Eisen schwerer machen. Kannst du mir noch ein Eisen herumtroppen? Ich bin hinter dir. Habe ich nicht, in der Kiste. Oder, äh, das kocht gerade. Das Brett. Ne, ne, das kocht gerade. So, fünf Level. Das zwei, Schadels zwei. Dann mach ich die beiden mal zusammen. So, Power. Ja, ich hab schon mal ein scharpes Drei-Schwert. Das gleiche habe ich ein Power-Drei-Bogen. Bis jetzt haben wir noch gar nichts mit unserer Rüstung gemacht, ne? Ja, wir haben Bücher dafür. Haben wir Protection-Bücher? Ich habe ein paar Projector-Protection-Bücher. Und ein normales Protection. Deine volle Rüstung ist aber schon so gut wie Protection. Also ist schon echt gut, wie du das hier haben willst, oder? Ja. Ja, okay. Ich glaube sogar, wir werden fast schon wieder gekickt, Mann. Wir haben echt nichts erreicht in der Folge. Natürlich, wir sind schon mal ein bisschen weggelaufen. Ja, weg, aber das bringt es gar nicht. Oder haben wir fest gesucht. Wenn wir morgen jemanden snipen wollen, unmöglich. Hä, wir schaffen es doch hier nach Folge zurück zu laufen. Ja, aber wenn jetzt Koordinatoren jemanden gepostet werden und werden morgen, glaube ich. Ja, snipen ohne sich vorzubereiten ist eh unnötig, finde ich. Ja, das stimmt schon. Ja, okay, da hast du recht. So, und Power 3 Bogen. Ist das geil? Das ist geil. Ist ganz okay. Ich habe ein scharfenes 3 Schwert. Was hast du für ein Schwert? Gar nichts. Äh. Hast du ein Schwert? Gar kein Schwert, nee. Ja, okay, wir werden gekickt. Das würde 2 Level kosten. Okay, dann zieh ich das mir wieder an. Okay, wir sind wieder 8 Level. Oh Gott, Leute. Das kann dann noch weiter kochen. Hi, Tim. Und dann war es das. Das ist hier noch drin. Okay, Protection. Protection nehme dann ich die Bücher, kann das sein? Äh, ja. Und ich Projector. Wobei, ich habe halt auch 2 Protection Rüstungsteile. Habe ich hier auch. Oh. Ich habe ja nur Protection. Also Leute, das war nochmal eine Verzauberungsrunde. Nächstes Mal müssen wir auch nochmal ein bisschen XP farmen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Schaut auch bei Tim vorbei. Bis morgen. Stamm. Tschüss.